hallo und willkommen zurück wir machen gleich direkt weiter die fregatte die muss da runter ich hoffe sie hat genügend power gegen diese zwei kleinen drei schiffchen da das muss schon weil ich nicht weiß was ich für ein kontor brauche das ist das problem wow alter was sich unterdeck befindet ist mein böse zugeschlagen okay das ist ziemlich gefragt die jagen das ding das könnte mir die zeit geben hallo hallo kleinen los kannst du mal ein linienschiff respekt ich glaube wir müssen mal ein paar bauen und hier rüber schicken ich fühle mich gerade so rückständig vielleicht ist es einfach leichter jetzt muss ich robert stoppen es geht nicht um rache ja ja es geht darum für mein volk eine zukunft aufzubauen ohne la corona was corona sind schönes bier und menschen muss mal kurz mein roberter stoppen so bin wieder da das ist dann aber auch der perfekte moment um bereit für den einsatz dann gleich mal eine kurze aufnahme pause zu machen ich muss das ganze noch rendern die schiffe natürlich die müssen auch mal begleitet werden sind fast kaputt schiff eskortieren ich glaube was ist es jetzt solange der mond auf den fluss herab scheint ein schoner ich glaube wir machen mal drei kanonenboote schicken die hier rüber und dann könnten wir das mal in angriff nehmen sie schafft es wirklich es ist krass was brauche ich um ein ding zu bauen ein da acht stahl acht stahl acht stahl Neue Befehler. Schiff unter Beschuss. Leinen los. Ein Feuer ist ausgebrochen. Jetzt nicht. Ja, ich glaube, ich verliere es. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Sie muss das jetzt erstmal hier aussitzen. Schiff unter Beschuss. Ein. Auf die alte Dame. Verlass. Wir werden die Waffen strecken, sobald sie kommen. Wir geben unser Bestes. Schaden am Schiff. Erholt sie es noch? Die Flammen wurden gelöscht. Kurs gesetzt. Habe ich Stahl hier? Ne, natürlich nicht. Scheiße. Können wir das mal zukaufen? Geht, glaube ich, schneller, als wenn ich... Schiff unter Beschuss. Wir geben unser Bestes. Heute ist nicht der Glückstag. Ach, Rio. Ein Schiff wurde zerstört. Ja. Ich weiß, deswegen gehen wir jetzt in die alte Welt. Und sagen dem Kollegen da unten mal den Kampf an. Spielstand gespeichert. Linien-Schiff. Eben hab ich die Faxen dicke. Es ist sehr langsam. Es ist sehr langsam, wie hieß es. Sehr, sehr langsam. Aber zerstörerisch Kriegsschiff. Genau so sieht es aus. Wir wollen da unten was zerstören. Was denn das ist? Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen. Was ist denn das? Wolltest du das kaufen? Was ist denn das? Das ist zu verkaufen. Was ist denn? Was kannst du mir hier anbieten? Was? Nein. Spannen Sie die Hosenträger und... Oh, ich muss echt mit dem Schiff hierher fahren? Ach. Apropos Schiff. Wo ist denn mein Schiff? Bereit für den Einsatz. Ach, der steht hier unten. Okay. 75 Stahl. Die könnten wir mitnehmen, mal in die neue Welt. Was nehmen wir noch mit? Die 75 Holz, beziehungsweise nicht ganz so viel. Aber wir haben ja noch Holz an Bord. Also nur hier den Stahl. Was brauchen wir noch? Um da drüben ein Konto zu öffnen. Erstmal gar nichts. In die neue Welt bestätigen. Tschüssi Koski. In der Hoffnung, da ein Konto hinzusetzen, damit wir Baumwolle anpflanzen können. In der Zeit lasse ich hier die Schiffchen produzieren. Oh, was ist hier? Oh, hier ist was. Stimmt, hier ist ja was. Kartoffeln hoch. Ja. So, das war das. Das war das. Das war das. So, und hier haben wir jetzt, glaube ich, genügend für unseren Zoo. Äh, nee. Fehlende Ausbaukuss. Was denn? Was fehlt denn? Ja, was fehlt denn? Ich verstehe es nicht. Ich habe doch alles, oder? Ja. Fehlende Ausbaukosten. Was denn? 30 Steine habe ich, 30 Holz habe ich, 10 Steine habe ich, 5 Fenster habe ich auch alles. Verstehe ich nicht. Dazu sind wir doch hier. Die sind Escorte, ist mir egal. So, was macht hier das Schiffchen? Nee, das dauert nicht. Das dauert nicht. Aber erst mal mit dem anderen Handelsschiff rüber. Dann Kontur bauen, damit die Insel uns gehört, damit wir Baumwolle produzieren können. Das hat jetzt erst mal ein bisschen Vorrang. Sollte das Schiff überleben, holen wir es zurück, fahren wieder hierher und holen die Rohstoffe, um da drüben, was war das mit 24, mit Fenstern, Metall, irgendwas, irgendwas sollten wir doch da bauen, oder wollten wir was? Ach, Öl, Öl, glaube ich, Öl war es. Lassen wir mal Öl produzieren. Ansonsten sieht es gut aus. Ich bin sehr zufrieden mit uns. Das Leben ist kein Zuckerschlecken, hat Mom schon immer gesagt. Bitte pünktlich, ich habe eine Taschenuhr. Ist kein neuer Auftrag. Das ist erst mal das Löschen. So, und dann würde ich mir schon mal sagen, wir nehmen unser fettes Schiff und zwei, drei Kanonenboote oder so und geben denen da unten mal Geleitschutz, dass das auch mal erledigt ist. Und vielleicht verschwindet dann hier mal Spielstand gespeichert der ganzen Gedöns hier. Wir wollten aber unser Kontor ausbauen, überall. Die Lagerhäuser. Und zwar hier oben zuerst. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Ja, ich weiß. 20 Holz, 20 Stein. Okay. 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 Das geht dann erst, glaube ich, wenn wir das nächste, die nächste Stufe haben. Wir haben jetzt Bauer, wir haben Arbeiter, Handwerker. Und es geht um... Uns geht das Material aus. Was? Sieht beschäftigt aus. Da kommt jemand. Wir drehen hier nur noch Däumchen. Ja, dann dreht halt nur noch Däumchen. Mir fehlt noch einiges an Material. Eisen? Warum fehlt euch denn Eisen? Warum fehlt euch denn Eisen? Keine Produktion. Warum denn keine Produktion? Das Lager ist vor. Schiff unter Beschuss. Jetzt nicht. Nicht jedes Risiko zahlt sich aus. Ach so. Ach so. Sie sind in Ordnung. Sie ist klein, aber oben. Sie ist klein, aber oben. Die Ruhe wurde beendet. Ich glaube, wir brauchen hier noch mal hoch. Das kann nicht sein. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Oh, okay. Da muss ich jetzt erstmal hingehen. Auf Ihren Befehl. Ja, auf meinen Befehl-Link fährst du mal hier diese Insel an. Und ich hoffe, du schaffst es, Baby. Pff. Okay, das war. Falsche Farbe. In die alte Welt mal ganz schnell. Torsosen wir brauchen. Wir brauchen erstmal mehr Eisenbahn. Und wie viele Kanonen haben wir denn eigentlich? Ich stelle die Ecke nicht. Ich nehme weiter an. Ich nehme mit der Anruf. Ich nehme mit der Anruf. Und ich nehme mit der Anruf. Ich nehme die Anruf. Ich nehme mit der Anruf. Das sind mir ein paar zu viele Meldungen, ganz ehrlich. Also, ich würde gerne ein bisschen filtern oder so. Irgendwas, was wichtig ist. Bereit! Du hast nicht die wahre Antwort. Du hast die wahre Antwort. Sind das Delfine? Sind Delfine? Ja, also wir müssen gleich mal gucken, wenn wir da oben sind, dass wir unser... Bleib fort! Das hier geht dich nichts an. Oh, sorry. Ich wollte mir nur so ein Gebäude angucken. Schiff unter Beschuss. Oh, wir sind jetzt schon wieder... Ein neuer Auftrag. Was? Wieso denn zehn Holz? Ein neuer Auftrag? Ich kann hier kein Kontor bauen. Ei! Warum kann ich denn da kein Kontor bauen? Ja, das Schiff ist auch lost. Ich habe eine Schlagseite. Also, ich kann versuchen, hierher zu kommen. Gute Eingezeichnung. Aber ich bezweifle es. Warum kann ich da kein Kontor bauen? Was soll das? Zieh, Baby, komm, zieh! Nee, das zieht gar nichts mehr. Ich bin zu zögerlich. Und Schiss verloren. So weit hätte es nicht kommen müssen. Ja. Doch, mein Freund. Ein Schiff wurde zerstört. Ja. Ich weiß. Warum konnte ich denn da eben kein Kontor bauen? Kann mir das mal irgendeiner erklären? Schiff vom Stapel gelaufen. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ja, Kriegsschiff. Oh ja. Jetzt gibt es auf die Umme. Was bauen wir noch? Was bauen wir noch? Brauchen wir mal richtig schöne, geile Flotte. Wir haben noch zwei Fregatten und drei Kanonenboote, oder? Und dann räumen wir da drüben mal auf. Das gibt dann meine... meinen Angriffstrupp. Und dann werden wir mal da drüben Schiffe aus... Schiffe dezimieren. Ach. So, und warum konnte ich jetzt da kein Kontor bauen? Das verstehe ich nicht. Das raffe ich immer noch, ey. Von wegen, es fehlen zehn Holz. Ich hatte 36 Holz oder 46 sogar an Bord. Na schön, sind wir eine Rätsel. So, was ist das jetzt hier mit unserem Zoo? So, fehlende Ausbaukosten. 30 Steine. Auf einmal zeigt er mir an. 30 Steine. Ich habe da hier mal... Ich muss nochmal rüber in die neue Welt. Sing, hack, switche. Auf Ihren Befehl. Genau, auf meinen Befehl. So, was macht denn hier das Öl? Hopp, hopp, hopp. Pferdchenlaufgalopp. Was ist denn mit dir? Bist du blöd? Das ist so pissig. Was soll denn mal... Öl? Achso, nein. Öl kann ja nicht gebaut werden, weil... Genau. Hierfür fehlen uns die Sachen. Ein neuer Auftrag? Ja, hol mal bitte. Wir brauchen noch... Fenster und Glas. Alles bereit. Ja, Fenster und Glas. Oh, was ist hier? Hier ist noch einer. Wenn wir die Spitze erreichen, wird die Welt folgen. Es gibt Gerüchte über ein Kind, das ist uns in der Wildnis zu leben. Die Leute sagen, ein Bär und ein Panther würden auf den kleinen Aufforten. Aber das ist doch kein Leben. Können Sie ihn für mich finden? Ich werde mich gut um das arme Ding kümmern. Das bringt uns dem Traum näher. Ja. Sie enttäuschen mich nie. Ja. Ja. Nee. Nee. Oh, was ist hier? Nähern Sie sich dem Schiff, um Gleitschutz zu bilden. Ja, das ist halt sorry. Tut mir leid. Das... Nee. Schon mal einem Magier geholfen? Weil... Gerade tust du's nicht? Ist mir egal. Ich bin hier in der neuen Welt. Ich hab jetzt mal andere Sachen... Spielstand gespeichert. Ich hab andere Sachen zu erledigen. Tag. Ich schuchte mit 40 Kanonen. Äh, 40 Steine. Ja, dadurch, dass hier fehlende Fruchtbarkeit ist, könnten wir eigentlich das hier auch wieder abreißen. Ich sehe hier... Wir haben keinen Platz. Wir haben keinen Platz. Die produziert Steine. Wie seht das hier drüben aus? Da mache ich euch noch einen Stein, dazu ziegelt noch eine Ziegelei hier hängen. Kein Thema, ich müsste nur was sagen. Daran soll es jetzt nicht liegen, also hier alles. So, gut, das läuft. Das andere Handelsschiff ist drüben in der Werft. Ich glaube wir sind schon wieder über die Zeit, könnte das sein? Ich habe es schon wieder verpeilt. Sieht ganz so aus, sieht ganz so aus. Dann würde ich an der Stelle Aufnahmepause machen, 2500. Warum machen wir so wenig Plus? Wir brauchen mehr Häuser, wir brauchen mehr Expansion, wir brauchen mehr Kohle. 2007 oder es ist halt der Bug immer noch. Der da mit dem, weil das ist ja eigentlich immer gleich. Nur die Bauern, die machen jetzt weniger, die machen mehr. Ganz komisch, ganz komisch. Wir gehen zurück in die alte Welt. Ach, hier machen wir 3-3. Ach, das ist für jede Insel. Ah, ich dachte, das ist zusammen. Okay, und es regnet schon wieder. Das ist schön, das ist schön. So, äh, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier haben wir, haben wir jetzt hier 30 Steine. Kann ich den jetzt mal bauen? Fehlende Ausbaukosten, willst du mich verarschen? Das ist doch ein Bug, ist das doch, oder? Das ist doch ein Bug. Das ist, das ist doch, das ist doch ein Bug. Sag ich doch, das ist ein Bug. Da haben wir ein bisschen, ein bisschen Zoo-Leben reinbringen. Aha, das müssen wir jetzt erstmal gucken. So, da kümmern wir uns drum in der nächsten Folge. Oh, nice. Schön. Und, äh, um alles andere mit unserer kleinen Kriegsflotte, das sehen wir auch in der nächsten Folge, die schicken wir einfach mal rüber in die neue Welt, zu der Insel, wo ich bauen möchte, einfach mal als Schutz und Verteidigung. Und ich glaube, wenn da, ähm, ein Linienschiff, zwei Fregatten und drei Kanonenboote stehen, könnte ich mir vorstellen, dass da relativ schnell die Mess gesungen ist, so wie man, äh, so schön sagt. Und, ähm, dann können wir da vielleicht in Ruhe mal Baumwolle anpflanzen. Zumal, wenn wir das überleben und da drüben ein bisschen für Furore sorgen mit unseren ganzen Schiffen und dem seine Schiffe hier unserem Kollegen ein bisschen dezimieren, dass er vielleicht... Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Danke. Dass er dann vielleicht angekrochen kommt von wegen... Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Oh, danke! Danke! Was sind die anderen Spitznamen? Die interessieren mich viel mehr. Ähm... Ähm... Ich könnte mir vorstellen, wenn wir dann da drüben sind und dem ein paar Schiffe versenkt haben und erstmal ein bisschen Beute gemacht haben, dass er dann vielleicht kommt und will Frieden für weniger Kohle, so wie vorhin. Und vor allen Dingen vielleicht auch für... für länger oder dauerhaft immer so eine Stunde und dann will der 70.000 Kröten haben. Spielstand gespeichert. Das kann er machen, mit wem er will. Aber nicht mit uns, oder? Also, wir lassen uns nicht auf der Nase rumkantieren. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Bitteschön. Ich guck jetzt trotzdem nochmal nach der Brotknappheit, bevor wir hier beenden. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Es ist immer noch Brotknappheit. Was ich nicht raffe... Wird vielleicht Brot zu viel hier runtergekehrt? Nein, hier ist auch kein Brot. Es ist kein Brot. Hast du Brot? Nein. Äh, ein Schiff ist von der Überfahrt. Das müssen wir nochmal schnell gucken. Ach ne, Quatsch, ich Idiot. Ähm... Ja, wo ist es denn? Ach, da unten ist es. Hier. Auf Ihren Befehl. Ja. Geh mal hier hoch, bitte, und hol die restlichen Ressourcen. So, das haben wir gemacht. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, weil vor einer Stunde hat Anno ja schon gesagt. Ich neige mich vor Ihnen. Ja, das ist auch gut so. Weil, ähm... Erwarten neue Horizonte. Das ist echt kein Brot. Es ist null Brot. Das verstehe ich nicht. Naja, gut. Äh, warte mal, wo ist das andere Schiff? Ziele in Sicht. Komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch und gib dem mal den Gum ab hier. So. Jetzt bin ich aber raus. Wir sehen uns nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, habt eine schöne Zeit. Genießt die Zeit. Ähm, momentan schönes Wetter. Genießt das Wetter. Wir sehen uns nächste Folge. Bis denn. Tschüss.